Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zu myTypo3. Das letzte Tutorial ist schon eine Weile her, aber nichtsdestotrotz werden wir uns heute mit der nächsten Thematik befassen. Ich bin hier heute auf meinem Online-Server. Sie starten ganz einfach wieder Ihren Offline-Server, den wir in den letzten Tutorials auch verwendet haben und machen das einfach genauso mit. Das ist genau dasselbe. Und ja, ich wurde von vielen Leuten gefragt, wie man nun eigentlich dynamische Menüs in Typo3 erzeugt. Und genau das werden wir jetzt machen. Das ist eigentlich ganz simpel. Den ersten Schritt, den wir hier machen, müssen wir nicht wegen Typo3 machen, sondern einfach nur wegen der CSS-Formatierung und zwar wegen dem Float in unserem Diff für das Menü. Das ist einfach so in meinem Template, so drinnen. Wenn Sie später mal auf einer anderen Seite ein anderes Template verwenden, müssen Sie diesen Schritt vielleicht nicht machen. Gut, dieser Schritt ist, dass wir unsere Seiten rückwärts anordnen, also in verkehrter Reihenfolge. Von unten nach oben. Warum das so ist, werden Sie später noch sehen. Danach müssen wir noch die Root-Seite bearbeiten. Gehen Verweis auf ausgewählte Seite diesmal, nicht auf erste Unterseite, sondern auf ausgewählte Seite. Und wählen hier oben aus. Gut, so wird das verlinkt. Speichern und schließen und die Sache ist erledigt. Und nun zum eigentlichen Teil. Wir gehen auf Dateiliste und bearbeiten unser Template. Bearbeiten. Statt unserem statischen Menü hier, fügen wir einen weiteren Subpart hinzu. Diesen nennen wir Menu. Und nochmal Menu. Gut, speichern und schließen. Jetzt gehen wir auf Template, um das Template unserer Root-Seite zu bearbeiten. Wir gehen in den Setup-Bereich zu unserem heißgeliebten Typo-Skript. Gut, nun sprechen wir den Subpart-Menü an und fügen diesen n-h-Menü hinzu. Dieses steht für hierarchisches Menü. Wir schreiben Menü und machen uns die Klammern auf, damit wir nicht immer Menü am Anfang schreiben müssen. Das Entry-Level ist bei uns 0. Dieses beschreibt einfach nur, wo das Menü anfangen soll, die Seiten anzuzeigen. Also im Level 0, im Root-Level. Direkt unter unserer Root-Seite. Also genau hier bei diesen Seiten. Wenn Sie nun ein Menü erstellen wollen, in dem nur die Unterseiten von Preise vorkommen, dann müssen Sie bei Entry-Level 1 eingeben. Also das Level 1 unter dem Root-Level, also unter den Hauptseiten. Gut, dann 1 ist gleich T-Menü. Das ist einfach ein Text-Menü. Machen wir uns den 1er hier wieder mit der Klammer auf, damit wir den nicht immer schreiben müssen. Und klicken, schreiben, wrap ist gleich. Wir umschließen nun das gesamte Menü, das uns von Typo-Skript erzeugt wird, also von Typo-3, mit einem UL, einer Unordered-List, mit dem Type, nicht Typo, Type, None. Das macht uns einfach nur eine ungeordnete Liste, die kein Zeichen am Anfang hat, damit wir das nachher schön darstellen können in unserem Menü. Wir nehmen die Pipe als Platzhalter und UL wieder zu. Falls Sie nicht wissen, wo die Pipe ist, das ist der komische geteilte Strich auf unseren Pfeiltasten. Also nicht den Pfeiltasten, sondern direkt neben Shift. Gut, eine Zeile noch und zwar ein O und jetzt all wrap. Wir wrapen alles, jedes Element, mit einer Li, also einem Listelement, die Pipe als Platzhalter und dieses Listelement wieder zu. Gut, Sie haben ein dynamisches Menü in Typo-3 erstellt. Das war's. Die einzelnen Sachen habe ich halbwegs erklärt. Sachen wie 1, das schreiben Sie eben einfach so. Wenn Sie dann ein weiteres Menü, ja, die 1 schreiben Sie einfach. Und wrap, das sollte klar sein. Also wir umschließen unser gesamtes Menü, das uns von Typo-3 erstellt wird, mit einem Liste, also einem UL-Tag. Ah, das Wort, das ich gesucht habe. Und innen drin jedes Element mit dem Tag für ein List-Element. Gut, Entry-Level habe ich erklärt. T-Menü steht für Text-Menü, H-Menü für hierarchisches Menü. Das war's. Wir können uns das jetzt ansehen. Wir gehen auf Ansehen. Und sehen hier unser Menü. Sie können nun schon navigieren auf Ihre Seiten hin und her, aber auf den anderen Seiten ist noch kein Content. Wir können das probieren. Wir gehen auf Preise. Wir fügen uns in der Hauptspalte normal ein neues Element ein. Einfach mit Lorem Ipsum füllen. Speichern schließen. Wenn wir nun wieder auf die Home-Seite gehen und jetzt auf die Preise sehen wir hier unser Element, das wir eingefügt haben. Gut, das war das dynamische Menü. Sie können hier hin und her springen auf den anderen Seiten. Ja, das war's. Falls Sie sich wundern, wer dieser Kerl ist, das ist ein guter Freund von mir, Joschtuprisser. Falls du das siehst, sei nicht böse. Es soll so sein. Gut, das war's. Dann noch viel Vergnügen mit Typo 3 und Sie können gerne in den Kommentaren einen Kommentar hinterlassen, was Sie gerne noch sehen würden über Typo 3 in einem Tutorial. Ich werde mich dem annehmen und ein Tutorial dazu nicht schreiben, sondern drehen. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.